Oh! Äh... Äh? Da, da... Bring mich nach Haus ins Asylum. Niemals allein im Asylum. Es war die pure Anarchie, aber gelächelt hast du nie. Dich hat's erwischt, ich steck dir im Kopf. Also, wer lacht jetzt zuletzt? Und dann in Arkham City. Ich möchte gar nicht wissen, wie lange sie aufgenommen haben. Verteilig, die Schlitte. Ich starb und du standst einfach da. Doch als ich dir in die Augen sah, war mir klar, wir würden vereint. Wer lacht jetzt zuletzt? Ich steck in deinem Kopf und ich lache. Erfüll dich mit Furcht und ich kann nur lachen. Deine Eltern sind tot und ich kann nur lachen. Was sonst bleibt mir? Ich gehöre jetzt zu dir. Ich bin der Clown. Fürst der Gaunerei. Und wir hatten... Alle Bomben sind entschärft. Zeit, Charisma, die Show zu stehlen. Du bist ich und ich bin du. Genauso ist. Was willst du? Keine Zugabe. Und der soll ein echter Sänger sein? Sogar Alfred kann besser singen als der. Gute Arbeit, Robin. Kein Problem. Ich tu der Musikwelt nur einen Gefallen. Schaff mir den Chorknaben zurück in seine Zelle. Ja. Okay. Ähm. Aber... Wie kann ich das denn hier aktivieren? Ähm. Boop, boop, boop. So das hier. Ne. Schade. Schade. Ich dachte, ich kann das Ding da irgendwie aktivieren da. Aber na gut. Na gut. Wir haben... Den... Chorknamen fertig. Geht ins Ohr, Waspets. Ach ja. Ich hatte mal die Stimme einer Sopranistin. Und damit meine ich ihre Stimmbänder. Gott, ist der krank. Gewesen. Ich bringe Charisma zurück in seine Zelle. Okay. Herr Fritt, wir sind fast fertig und müssen verlorene Zeit aufholen. Bereite eine Verbesserung des Wagens vor. Natürlich, Sir. Treffen Sie bitte Ihre Wahl. Okay. Ähm. Ups. Ähm. EMP. Oder... Waffengenerator. Mark 4. Mh. Machen wir... Nee. Dieser elektromagnetische Impuls stört Drohnen, Zielsysteme und anfliegende Raketen. Nützlich, wenn sie nicht in der Luft verhindern. Wenn Sie umzingelt sind, Master Bruce. Der Waffengenerator Mark 4 lädt Ihre Sekundärwaffen auf maximale Kapazität auf. Müssten Sie nicht gegen eine ganze Armee vorgehen, würde ich sagen, es wäre bereits zu viel des Guten, Sir. Wir nehmen das EP. Wunderbar. Ich melde mich, wenn es fertig ist. Okay. Okay. So. Ähm. Ja. Dann haben wir das erstmal fertig. Tja. Wer hat das Maul zu weit aufgerissen? Bleiben nur noch du und ich Bats. Manu am Manu. Ein echter Kampf. Von dem man seinen Enkel noch erzählt. Natürlich könntest du auch umkehren und dich feige verdrücken. Du bist im Ring. Jetzt kommt der King. Jaja. Sieh an. Es ist Batman. Ah. Sorry Clownmörder. Die Straße ist dicht. Ja, aber Erwin muss doch dann lang kommen. Ähm. Na gut. Probieren wir es einfach mal. Hm. Hä. Vielleicht sollte ich den Knopf drücken und wir könnten wie Männer kämpfen. Nee. Halt. Warte mal. Die ähm. Hacking. Hm. Kein fieser Trick? Kein nerviges Spielzeug? Hm. Der her? Wir sind genau hier Batman und du kannst uns nichts anhaben. Mann. Mann. Ja. Das hab ich nicht. Was gibt's da zu öffnen? Mach einfach das Tor auf. Okay, aber das kommt mir schräg vor. weg ja leute tor geöffnet wer steht jetzt da unter ok ein jokerschein ja j plus harley sieht das geil aus ok machen wir nochmal hier stromteil oben ran ah ne ups ach warte mal da muss ich bestimmt nein nein so so bin ich gerade ein wenig überfragt überfragt ups ne das wollte ich nicht halt ja ja seilrutscher habe ich total vergessen mein stromteil ach ach ich will gerne weg doch da hängt doch jemand das ist das ist das ist das ist aufwachen aufwachen was ist los glaubst du ich tu dir weh warum ich bin nicht der böse hier und nein 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 das ist batman hat dich verlassen ausgesetzt wie einen ungeliebten hund kann ich ihn behalten daddy oh bitte 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 ich werde mich gut um ihn kümmern alles was du möchtest ein prinzessin man soll ihn nur auch als deinen erkennen er soll doch nicht wieder hier enden oder nein daddy ich will ihn für immer behalten nein nein bitte nicht bitte dickes fettes brand ist okay du wirkst verstört mir geht's gut jason das ist schon länger nicht passiert einer ist noch übrig los jason ist also tot das ist der kampf des jahrhunderts bist du bereit für die lektion batman wo sollen wir anfangen wie wir es mit auf die fresse für anfänger hast du nichts zu sagen einer von der ruhigen sorte wie mal schauen ob wir das ändern können ich werde dich um gnade winseln und vor schmerz brüllen lassen gut 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 Du wirst abkratzen, du Frick. Den Teil lieblich. Wir werden dich verwecken lassen. Oh, oh, okay, okay. Lass dir meinen Namen ins Gesicht. Den habe ich fast gespürt. Fast. Den habe ich fast gespürt. Fast. 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 Shulaiis! Lässt euch dafür bezahlt! Ah, Mist. Oh, jetzt muss ich wieder frühe, frühe, gebrauchen. Ja. Na, endlich. Gute Arbeit. Du hast dich gut geschlagen. Ich bin beeindruckt. Du kannst ihn tragen. Er hebt ihn an. Was hat der Typ gefressen? Ein Auto? Zwei Autos. Batman, bitte. Du musst mir helfen. Diese Quinn und ihre Schergen versuchen hier einzubrechen. Nicht auszumalen, was sie mir antun wird. Ganz ruhig, Henry. Ich bin auf dem Weg. Robin, warte hier mit den Infizierten. Ich kümmere mich um Harleys Manor. Okay. Das sind Geschütztürme da drüben. Wir müssen dann vielleicht hier. Genau. 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 Ich bin auch Ergin. Ich bin auch Ergin. Ich bin auch Erg. Ich bin auch Erg. Ne, warte mal, war das immer noch runter? Oh, bleiben so? Ähm. Äh. Have fun, also hab Glück, I'm making me X-Stick, keine Ahnung. Machen die alle rot erst mal? Hm. Nein, keine Ahnung. Und hier drüben? Schöne Melodie eigentlich. Wie, die waren jetzt hier? Okay. Ach. Blau, grün, rot, gelb. Okay. Sagt schon alles. Blau, grün, rot, blau, grün, rot. Na, rot und gelb. Ach ja. Ja. Ja.